Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück und wir lassen uns jetzt mal nicht lange schnacken, du weißt, wir hatten gesagt in der letzten Folge, wir wollen mal Skeletor ausprobieren, das machen wir jetzt mal, eine Folge hauen wir da jetzt nach hinten ran und dann werden wir uns gechillt erstmal einem anderen Spiel widmen, oder überhaupt keinem, oder mal gucken, wie wir da jetzt weiter vorgehen. Jetzt habe ich natürlich viel Geld investiert, um den Skeletor zu leveln, jetzt muss ich auch mal dabei bleiben, dass ich den auch behalte. So, jetzt können wir den 0-3 mal rufen, ich bin nicht so ganz sicher, wie das jetzt hier abläuft mit dem, aber wir werden uns erstmal aufheben, auf jeden Fall, nicht sofort. Für Schadenmacher haben wir ja die Kanone, ne, die reicht dafür völlig aus. Die ist super, als Schadenbringer. Wir gehen einfach ein bisschen hoch und runter, ich meine, das ist doch tipptopp. Wir müssen versuchen, nicht so punktuell, wir müssen schon versuchen hier verschiedene Gegner zeitgleich zu erwischen. Also immer mal ein bisschen hoch und ein bisschen runter und dann die da hinten gleich schon mal und vorne nochmal und... So, die sind ein bisschen schneller schon teilweise. So, jetzt haben wir mal gucken, wir werden mal das Skeletor rufen. Hast du das gesehen? Ach, der kommt von alleine dreimal, na, ganz geil. Toll. Alles klar, na toll. Aber ist ja gut, wenn sie zu nahe ins Haus rankommen, lässt er die ja schon mal wegrennen, ne? So, jetzt kann ich sie trotzdem nicht nochmal rufen. Aber... Also ist das gut, hat schon ganz gut geklappt mit dem... ...össischen Skeletorium. Super. Voll gechillt, gecheckt, meine ich, gechillt, gecheckt. Haben wir doch schon ganz gut so die erste Runde durch. Ich meine, andere machen das in einer Folge. Die andere zocken ja so eine, pff, was weiß ich ja, zwei Stunden Folge. Aber mach ich nicht, ich mach das gechillt. Ich mach das ganz gechillt, so eine Zwischendurch-Folge. Dass man einfach mal zwischendurch 15 Minuten voll die Aufmerksamkeit auf Quietschigur oder Endless richten kann. Und dann, ja, ist es halt so, ne? Da muss ich doch hier, das ist ja drei Stunden, das ist ja der Hammer. Guck mal, wir sind erstmal gerade Level 4. Kapazität 81, ich weiß nicht, was das ist. MP-Regen. Wir haben noch nichts gebraucht, wo wir MP dafür gebraucht hätten. Fällt mir gerade ein, warum eigentlich nicht? Noch nicht einmal gezaubert hier. Wieso eigentlich nicht? Ich, wie ich zu gut bin, wahrscheinlich. Schießt du? Hör nicht auf. Wir haben ja hier... Wollen wir mal versuchen? Komm, wir zaubern mal. Jetzt haben wir die aktiviert. 15 Mal dürfen wir die... Ach nein! Jetzt ist es mir klar, Mann. Das kostet 15 MP. Ich hab noch nicht einmal gezaubert, die ganze Zeit. Nein, das kostet 15 MP. Und wir generieren ja, also von daher. Nehmen wir mal den da oben, was macht den ja? Oh, was ist das zu sehen? Ach, das ist so eine einzelne Attacke, ne? Ja, aber was soll's. Was kommt jetzt? Nein! Schon wieder so ein Mistkerl. Hau mal eben volle Kanne rein. Du wirst doch nicht meine Kanone kaputt machen. Freak! Oh, was hab ich jetzt gemacht? Das war schwach jetzt. Äh, das war jetzt ein Null. Also das war, was war jetzt passiert, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Ich habe mich einfach für den falschen Knopf entschieden. Also ich hab jetzt den Hund genommen und in dem Moment ist meine Figur da einfach im Fahrstuhl hängen geblieben. Ich weiß auch nicht, was da jetzt abgegangen ist gerade. Alles klar, jetzt weiß ich, wie das funktioniert. Und wir haben ja das da aufgelevelt gerade schon vor mit dem Hammer. So, Bonus. Einen 30er Bonus brauchen wir. 30er Kette für einen coolen Bonus. So, was heißt das da oben? 104? So viele Figuren kommen oder was? Hei, 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 hei. What the fuck? Aber jetzt sagen wir mal folgendes mal an. Damit hier gar nicht erst so zu viele Figuren herumrennen bei uns. Ja genau, da kommt er nämlich schon da. Pissen, Nelgo. Den werden wir uns jetzt mal widmen müssen. Oh, da müssen wir ja gut aufpassen. Okay, also das ist schon eine Hardcore-Geschichte jetzt. Was ist das für ein Typ da? Jetzt haben wir den weg. Hau ab doch. Nein. Oh. Nicht mitbekommen. Okay, einer ist durchgekommen. So ein Dreck-Pratzen-Katz-Kack-Pratzen-Typ. Nein, nicht schon wieder. Nein. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Fail-Folge number one. Deswegen ist es ja die letzte. Deswegen haben wir gesagt, es reicht bei drei Folgen reichen. Jetzt ist mir auch klar, warum ich es gesagt habe. Wir haben 5700 Taler. Ich gebe die für nichts aus. Und dann stehe ich mit so einer Scheiße hier alleine da. Mann. Die Kanone müsste ich deutlich verbessern. Kann ich das jetzt auch noch im Game machen? Warte mal. Doch, wir machen das mal schnell. Quit. Quit Shibu. Ja, guck mal, der kommt jetzt ja angeflogen da oben. Ja, ist klar. Jetzt kommen, lass mich mal hier ready, ready, ready. Cannon. Jetzt wollen wir die Kanonen nochmal verstärken. Wo ist denn das jetzt gleich gewesen? Skill war es nicht. Item. Angriffspunkte 104. 106. Das ist ja witzlos. Aber das ist alles klar. Die Kapazität fürs MP. Für die Magic Points. Na Freilich. Ich labere hier eine Scheiße, Mann. Alter. Ich sollte mal aufhören zu quatschen. Ey, ihr müsst ja alle schon denken, ich bin geisteskrank. So. Also erstmal ganz locker bleiben. Die Bodeneinheiten. Wir sammeln hier das ganze Geld erstmal ein. Das ist gut. Jetzt haben wir gleich mal eine Ausweichung gemacht. Ausweichaktion. So, jetzt gehen wir nochmal ganz hoch. Und langsam kommen wir runter. Dass wir hier jeden ein bisschen mitnehmen. Genau, alles klar. Da haben wir den Spastu wieder hier. So, jetzt pass auf. Die da. Schön ausweichen. Boah, Mist. Wir haben ihn gleich. Wir haben ihn gleich. Gleich. Schnell. Skeletor. Zwei habe ich nicht gekriegt. Okay, zwei hatten wir nicht. Oh, das ist jetzt die finale Welle schon? Ich glaube nicht. Ja, gut. Wir haben wieder MP fast voll. Alles easy. Highscore. Die macht ja erstmal nichts in erster Linie. Der allerdings schon. Jawoll. Success. Jetzt hat es mal richtig reingehauen hier. So läuft das nämlich. Gross. Okay, alles klar. Level 5 haben wir schon geschafft. Haben wir jetzt 2.700 bekommen? Dann haben wir jetzt schon über 4.000. Dann machen wir die Kalone jetzt noch ein bisschen stärker. Ziehen wir nochmal eine volle Kanne rein. Was ist ein Sweep? Ich weiß es nicht. Rein, ready. Rein, ready. 4.000. Die Kalone. Dann macht die jetzt der 108. Oder was macht die jetzt Schaden? Eigentlich nicht so wirklich gut, nicht? Was soll's? Was soll's? Was soll, was soll, was soll's? Sieht vor allem immer noch genauso hässlich aus. Weiterschießt es auch nicht. Den Typen da oben treffe ich trotzdem nicht. Die macht auch keinen Flächen. Das wäre ja mal cool, wenn die jetzt einen Brand hinterlässt da unten. Wenn einfach die Bomben, die ich da schieße, da unten brennen. Aber das läuft doch gut. Alter, das läuft doch richtig gut. Richtig nice. Würde jetzt Unge sagen. Simon. Also eigentlich sagt der jetzt auch jeder, der sagt ja jeder nice. Das ist ja richtig nice. Das ist ja mega nice. Dann sagt man nicht mehr, das ist cool. Das fetzt mir. Oder das finde ich total genial. Nein, dann sagt man, das ist ja nice. Und ihr haut mal ein Stückchen ab und kriegt dann nochmal einen mit dem Thor's Hammer hinter. Ja, ja, genau, oder? Cool. Der ist cool. Der ist ganz schön cool. Was ist jetzt passiert? Ich habe dich nicht mal kaputt gekriegt, alle. Mega nice. Darf ich das? Mega nice. Und wie viele Puzzle habe ich solche noch sammeln? Guck mal, ich habe nicht mal Geld bekommen für die Runde. Weil ich das jetzt total für den Arsch war. Was ist ein Sweep? Sweep. Ich habe keine Ahnung. Der kostet, glaube ich, der kostet Geld. Ich habe kein Geld. Ich habe den schon mal irgendwann aus dem Fenster gehauen. Für was, weiß ich nicht. Weil ich bin ja dran gestorben. You get ten free sweeps each day. Each day. Swaps each day. Ich habe keine Ahnung, was Sweeps sind. Ich kenne das nur als Getränk. Sweep ist. Pass auf, wir machen einfach gleich direkt Folgendes. Relativ am Anfang schon. Erstmal das erste Mal den da. Genau. Dann haben wir nämlich ein bisschen Ruhe. Ruhe wollte ich gerade sagen. Den auch noch. Sehr stark ist die ja nicht, ne? Die junge Lady. Jetzt kann sie nämlich in Ruhe erst mal ein bisschen das Dingels regenerieren. Last Wave. Jetzt gucken wir mal, ob wir die alle kaputt kriegen. Jetzt werden sie wahrscheinlich gleich alle gerankommen. Success schon wieder. Aber das ging aber, ich verstehe jetzt nicht so richtig, woran das liegt jetzt hier. Bonus, 75 Sekunden. Hot Cold R. Keine Ahnung, was das ist. Heiße Schokolade. Oder so. 550 nur. Was mache ich denn hier falsch? Wieso gibt es hier kein Geld mehr? Was ist denn hier los? Stimmt doch was nicht. Erstens mal viel zu schnell die Runden zu Ende. So, die Runde werden wir gerade noch so schaffen, glaube ich. Keine Ahnung, was das ist. Skeleton nehmen wir mit. Die Runde machen wir gerade noch so, vielleicht zu Ende. Und dann war es das erstmal mit diesem Let's Play. Vielleicht gucke ich später nochmal rein. Wenn die Runde jetzt auch so schnell geht, dann haben wir noch eineinhalb Minuten Zeit. Da packen wir die auch noch. Die bocken wir an. 70 Sekunden sollte die Runde gehen, dann sind wir schon gut. Ich weiß nicht, die flüchten ja. Vielleicht haben wir schon gewonnen, wenn die von alleine abhauen, wenn die Angst kriegen. Keine Ahnung. Ach, guck mal. Ne, da oben läuft die Zeit ab. Keine Ahnung, warum. Ach, guck, was sie macht. Die macht da Minen hin. Die macht da Minen hin. Na klar, das ist doch, das ist doch klar. So, und die Gegner, die rennen da rein und nehmen Schaden. So sieht's aus. Und ich nehm's Geld. So sieht's aus. Alles klar. Voll mega nice. Und jetzt klappt das auch mit dem MP, der MP, mit der Music-Magic-Point-Geschichte. Oh, guck mal. Müssen wir natürlich jetzt auch ein bisschen aufpassen schon hier. Da kommen tatsächlich ein paar, der eine oder andere kommen hier durch. Aber wir hätten ja eh noch das Kredit gehabt. So, danke fürs Zuschauen. Wieder was bekommen. Ein Schild der Invincibility, der Undurchbrechbarkeit. Keine Ahnung. Unschlagbar. Wenn du magst, sehen wir uns wieder in einer anderen Folge, in einem anderen Spiel. Bis dahin, bleib mir schön gesund, hau rein und tschüss.